Das ist eine sehr schwierige Geschichte. Wir haben die afghanische Nationalmannschaft, zwei Skiläufer, die von unserem Skilehrer Andreas Henni trainiert werden. Eine ganz tolle Geschichte. Die zwei Jungs waren die Gewinner der Afghan Ski Challenge, also das bekannte Rennen in Afghanistan. Und dann entstand die Idee, dass man die zwei fördern sollte oder könnte, um an die Olympischen Spiele zu gehen. Just remember where the banana, the long turn is. Right on the edge. Back to the lift. Oh, the snow is the same. All the snow is void, but they prefer the slope and we only have powder. We don't have groom with the slope. We use Alpine Touring Ski, Alpinism Ski. So you can walk up and ski down. You can't do much training. It's good for the fitness, but technically you can't train much. You can only have two rounds a day. We came here for free ski touring. This is the third season. We came here for the World Championship next week qualification. And then one year ahead, the main goal is to go to Winter Olympics 2018 in South Korea. the whole day was kilograms. I live in Afghanistan. It's going here. I can walk in the middle of Afghanistan. I'm going to walk away. Good night, man. Thank you. Das Ganze mit den Afghanen ist so entstanden, über Martin Berto hat eine Trainingsmöglichkeit mitgesucht und ich habe die zwei Jungs mit den Kindern vom Ski-Club mitgenommen am Anfang und so ist die ganze Geschichte entstanden. Ich war manchmal sehr beeindruckt, wie sie an dieser Zeit sind. Sie sind etwa 7 oder 14 Jahre alt. Sie waren eher aggressiv. Das ist gut, du brauchst das. Schauen wir mal, wie es geht. Wir haben eigentlich keine Riesen-Ski, weil wir nur Poudre-Ski machen. Wir haben keine properen Ski-Club mitgenommen. Wir haben keine Cheerleafs, also keine Chance, um eine Short-Wage zu haben. Wie fühlst du dich? Bei der Bananen war es late, die Räser war es nicht. Wir trainieren hier fünfmal die Woche mit den zwei Afghanen. Sie machen gute Fortschritte. Sie haben in ihrem ganzen Leben ca. 220 Skitage. Das heisst vom Schneepflug bis jetzt. Andreas Hanni ist unser Trainer während dieser drei Saison. Und er hat immer versucht, seine Basis zu finden. Und versucht zu finden, welcher Weg für uns, um besser zu skieren. Das ist besser. Dann musst du weggehen. Ich weiß, dass es nicht so easy ist. Aber dann weit entfernt von der ersten Ski, und dann zu der zweiten Ski. Du bist so weit entfernt, hier. Ich versuche mein Bestes auf die Räser. Aber nicht für die Win-Win. Ich glaube, das ist nicht möglich. Ja, das ist das Mal. Das ist die Räser. Die Räser ist die Räser für Afghanistan für die Weltkampionsschule. Und das ist das erste Mal. Wir haben nie einen Athleten für den Winter Sport in der Geschichte. Wir versuchen, die Räser für die Afghans Winter Athleten zu machen. Und dann, in der Zukunft, wir können einen besseren Athleten kämpfen, dass sie gegen andere Athleten kämpfen können. Und für eine goldene Mittel oder eine bessere Position. Aber ich denke, für uns ist es zu late, um für eine goldene Mittel zu kämpfen. Niemand hat das vorhin getan. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, für die Winter Olympics und die Weltkampionsschule zu gehen. Jetzt schauen wir mal, was die machen dann auf dem Schnee. Vielleicht kommen sie sogar dann ins Rennen nach St. Moritz. Wer weiß. Vielleicht schaffen sie es. Wäre ja schön. Ich hoffe, sie sind dabei und schauen dann, wie es dann läuft. Ich wünsche ihnen alles Gute. Ich freue mich, dass sie dabei sind. Ich bin Bruno Marinoni, CEO der Snowsports St. Moritz AG, der Schweizer Skischule St. Moritz. Bis dann. O sh청. O implication. Gas.